So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, nein, eine Folge Raid am Mittwoch, wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst, am Ende gibt es auch wieder den Shogger der Woche und ich bin total müde, das merkt man mir bestimmt überhaupt gar nicht an, aber es ist Mittwoch, mein Lieblingsmittwoch mit Raid am Mittwoch, mit Raid Mania und mit Raw heute Abend, also heute Abend 18 bis 19 Uhr natürlich wieder die Raid Stunde, diesmal mit Giratina, die dicke, gierige Tina mit den Beinen, ihr ladet mich ein, ich habe euch ja schon eingeladen bei Raids für Zuschauer, jetzt ladet ihr mich ein, ihr sammelt Raid Mania Punkte, da freue ich mich immer besonders drauf. Wir wollen nicht lang reden, morgen Donnerstag, Raid Boss Wechsel, dann kommt die fliegende Made, Giratina mit Flügeln, da gibt es wieder einen Community Raid und abends gibt es Gengar Raids für Zuschauer, weil ich einen Shiny Gengar brauche und da können wir alle zusammen machen, richtig genial, für jeden was dabei. Jetzt aber angefangen mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Shinaya mit, ja, da hat sie endlich ihr 100% Xerneas bekommen, da hat sie sich auch mega gefreut, die wollte das ja auch unbedingt als 100er haben, hat ganz viel geradet wieder mal, die rated irgendwie gefühlt sowieso am meisten von der ganzen Community, hat es dann bekommen, verdient 21,60. Dann habe ich, habe ich schon erwähnt, von Marco FedEx, ja, dieses 5 Euro Ticket bekommen für die Halloween Forschung, danke nochmal dafür, das ist immer richtig cool und danke an den Tipp vom Tobi, dass man das hier bei diesen Benachrichtigungen in den Neuigkeiten nachgucken kann, wer einem was geschickt hat, weil es ja meistens nicht mit dran steht. Brainy hier mit dem Shiny Xerneas weitergemacht, Cumulus, ein Zickzacks Shiny mit Wetterbrust, Henry Nicky mit dem schwarzen Ninja Zubat, sieht auf jeden Fall auch gut aus, das ist bestimmt die Gala-Version, die man so fangen kann. Pupsi hat ein Shiny Makabaya, Gala Makabaya gebrütet, dann bin ich mit Iversoft Glücksfreund geworden, Jena, leider abgehauen, ein Galazapdos aus dem Abenteuer Rauch, mir fehlt nur noch Galalavados, dann hätte ich theoretisch alle drei, aber da sind auch mehrere Accounts nötig gewesen, weil, weiß ich nicht, der Große hat zwei Arktos bekommen bisher, der Rest nicht, die sehen immer noch irgendwie richtig genial aus, am besten jedes irgendwie per Glücks rüber tauschen und dann wird das groß und fett, Level 40 muss schon drin sein. Dann hat Jena hier noch gebrütet, denke ich mal, auch ein FM in 100%, hier gibt es ein Ninja Tom beim Prinz, der hat auf dem kleinen auch ein Shiny Ninja Tom aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen und auf dem großen Account ein 100% Ninja Tom. Jetzt gibt es die diverse, ich habe erst vom Dolepie, habe ich ein Bild erhalten mit dem 100er Ninja Tom und habe gedacht, oh mein Gott, das ist Schocker der Woche, weil dieses Pokémon bekommt ja wirklich nur im Feldforschungsdurchbruch. Das war bisher weder Raid, noch Ei, noch sonst was, noch Wild, man musste es immer im Feldforschungsdurchbruch bekommen. Jetzt hatte man die Chance gehabt, natürlich das als Shiny auch zu bekommen, aber der Schocker der Woche muss ja was Einmalige sein und dadurch, dass Prinz auch das Teil bekommen hat als 100er, ist es schon kein Schocker der Woche mehr. So, wen haben wir noch? Jena hier, Shiny Schuppet, Shiny Giratina, Shiny Magabaya, das Normale, Shiny Driftlon, Hannes hier mit dem Shiny Giratina aus dem Raid in Hildburghausen, der macht da immer mit, wenn ich meinen Raid in die Raidgruppe poste, da lade ich ja immer eigentäglich zweimal. Wenn ich in der Raidgruppe ist, nutzt das halt. Ihr könnt da auch mit mir zusammen raiden. Dann gerade aus dem Raid rausbekommen, dann hat er noch ein Mega Raid gemacht mit Banett, Mega Banett und hat dann auch ein 100er Banett bekommen, bringt immer Glück, mit Marc niemals bin ich auch Glücksfreund geworden. Sarina hier aus Hibu nur das Beste, danke Hannes für mein zweites 100er. Hat aber ein Ei aus Hibu geschickt an Sisi, hat es gebrütet, auch hier 100% FM aus dem Ei. Mit Borki bin ich auch Glücksfreund geworden, mit Adi bin ich Glücksfreund geworden, mit Strange Love bin ich Glücksfreund geworden. Also es ist wieder richtig brutal, du versuchst einen Spezialtausch zu machen und kriegst am selben Tag aber schon wieder zwei neue Glücksfreunde. Letzte Zeit läuft es wieder richtig gut. Hier, Dolepi, 100% Ninja Tom, so krass, selten und mega genial, aber Prinz hat ja eben auch eins und deswegen ist es keine einmalige Sache und deswegen ist es leider nicht Jogger der Woche geworden. Ich hätte es ihm gern gegönnt. Henry Nicky hier, gerade aus dem Ei bekommen, auf dem kleinen Account, Shiny Elekid, Prinz, danke fürs 100er. Hat auch mitgemacht bei meinen täglichen zwei Raids, sich eingetragen, wurde eingeladen, 100er Giratina mitgenommen, dann haben wir Mango Nummer 5, Ramses lädt ein, Mein Kopf sagt Scheiß drauf, nimm nicht an, hast vor 20 Sekunden einen gemacht, war kein Shiny, das wird auch keins. Herz sagt Scheiß drauf, rein da, wird eh wieder Shiny manchmal aufs Herz hören. Leute, Shiny bekommen, aus dem Raid mit Ramses, Glückwunsch, Borki, der Hintergrund ist echt genial, natürlich gefangen, 1931 der Wert fürs 100er. Wo ist das wirklich gefangen? Man könnte munkeln, das ist geflohen. Mit silberner Beere, okay. Ich würde immer auf Goldene gehen. Scheiß doch auf die Bonbons bei einem 100er, wenn das Ding weg ist, ist es weg. Also, goldene Beere, nicht silberne. Das könnt ihr machen bei allen anderen, aber nicht so. Borki, äh, Shiny FM, gebrütet. Dann Sören, Sonntagsurlaubsabschluss, 100er auf dem zweiten Account im Auto, 100er Finneon, hier Raid-Medaille gekriegt auf dem zweiten, 1000 Raids, die habe ich noch nicht mal voll. Dann hier, wieder der zweite, 100% Makabaya. Auch selten, wegen aus der Forschung und so, aber ich, wer das gestrige Video gesehen hat, hat ja gesehen, ich habe auch eins bekommen aus der Forschung. Total überraschend. Ich kannte die WP nicht von dem Ding. Alle so, äh, das ist ein 100er, hä? Hä, der rafft das gar nicht, oder was? Das habe ich in den Kommentaren gelesen. Und, ja, weiß ich nicht. Einfach zack, 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 schnelllebige Gesellschaft und dann beim Bewerten sehe ich, oh mein Gott, das ist brutal. Poga haben da hier auch einen ganzen Sack voll Bilder reingeschickt, zum Beispiel sein shiny Xerneas, shiny Wulpix aus dem Abenteuerrauch, shiny Riolo gebrühtet, shiny Absol, Makabaya, shiny Traumfugil, shiny, shiny Latias. Und wer jetzt fragt, hä, wieso? Warum kann der Latias raiden? Es war ja jetzt eine Woche lang Luftabenteuer oder irgendwas in Taipei, wo es eben Mega Latias und Mega Latios Raids gab und die konnten natürlich auch shiny sein, genau wie beim letzten Mal. Wer im Stream mal dabei war bei Raids für Zuschauer, der wird vielleicht auch den ein oder anderen Mega Latias oder Latios Raid äh, mitgemacht haben, denn dafür sind die Streams da, dass man kommuniziert und live was machen kann, während man, wenn man nicht im Stream ist, das alles halt verpasst, deswegen. So, Giratina, shiny hat er auch mitgenommen, shiny Felino, noch ein Giratina, noch ein Driftlon, Weberrak, Paragoni 100%, Banett 100%, dann haben wir Sheddy Art, der rastet komplett aus, der hat schon 28, 100% Krypto-Pokémon, Tragoran, richtig brutal, gerade war hier dabei, Sumpex, Flexstra, Staraptor, Valreiser, Gramschef, da unten ist ein Macholo, Glumanda X, weil also Macholo unbedingt Level 50 schmuss her, warum ist das nicht gemaxed? Also warum ist es nicht entwickelt und gemaxed? Was hast du vor? Warum ist das Macholo da unten? Eigentlich müsste das Schocker der Woche sein, aber das ist mir viel zu brutal, deswegen gehen wir lieber weiter. Ich habe ja einen anderen Schocker der Woche für euch, ja. Endlich habe ich auch mal einen Hunderter, Nebulak, Shinaya, dann Shinaya nochmal hier, Weberrak, FM, Shiny, Makabaya aus der Feldforschung, Shiny und einmal gebrütet, Shiny, Shiny Kramurx, Sarina, auch wenn mich mit der unendlichen Brüden langsam mühsam muss, hier, Dings, irgendwie ist das Halo-Event richtig toll. So, hat sie so gesagt, so. 100% Goldwitz sehe ich hier, aber wir haben natürlich noch ein Ramses, Shiny, ne, wir haben Hannes, 100%, wir haben noch Jenny, Shiny und wir haben FM. Den kenne ich gar nicht, den Community-Namen, ja. Strange Love zeigt nochmal, yes, ich freue mich, ganz total glücklich hier, gleich hinterher, ich freue mich auch. 1,39 Euro für die Samyang-Nudeln, richtig gutes Angebot, da bezahlst du gerade mal 6 Euro noch was für den 5er-Pack, während du, wenn du guckst im Ebay, Amazon, hast du ja eigentlich immer 8,50 Euro für den 5er-Pack bezahlt. Jetzt bist du bei 10 bis 12 Euro für den 5er-Pack. Und hier kannst du 5 Stück kaufen, bezahlst gerade mal 6 Euro noch was. Richtig stark, gibt es auch den Schwarzen, hat sie sich hoffentlich gegönnt, er, sie, es. Ich habe auch gedacht, Senfine ist eine Dame, da war es auch plötzlich ein Herr. Da muss man nicht durchblicken, aber gut, das ist die Lilian, das wissen wir ja, die Lilian Garcia von der WWH. Plankton für Raider-Mittwoch, 100% Giratina, dann hier X-Bud, Shiny, Bandimos, Shiny, Lukas, hier ein bisschen gespielt, zack, Familie voll, 2 Shiny trifft, Luigi, Serana, Traumfugil, Shiny, 100er Kramurx, Adi frisst seinen Fuß, Icegob, Jens, guter Eventstart, Gold geht immer bei Shiny, Pokémon, Zubiris, Shiny mitgenommen, Kramurx, Shiny, Aluhut, Shiny Traumfugil, Kramurx, Drifflon, Knofenser, Hundemon, Shiny, Wild, Wild, nicht im Raid, ihr seht's am Ball, äh, kleiner Account beim Aluhut, Shiny Weberack, 100er Kramurx, Shiny Zubiris, Shiny Bichu, Shiny Makabaya, äh, Shiny Miltang, Shiny Kramurx, Schubbet, 100er Zubiris, aber hab ich immer zu, dieselben Bilder, doppelt und dreifach, Kaiser Kai, Kaiser Kai, mit dem grünen X, äh, Zubat, Kaiser Kai, aus der ersten Einladung, gleich 100er Makabaya, äh, Daniel Love, T100 Boss, das sieht aus wie Tobi, der Boss, genau, Klagenfurt am Wörb aus See, 100% äh, Tauboss, das ist doch ein Tauboger, oder? Das ist doch kein Tauboss, das ist doch ein, ich weiß nicht was es ist, auf jeden Fall aber hier, 100% Garnowill, auch mega stark, also nicht das Pokémon, aber die Tatsache, dass man 100% hat, weil das ja mega selten ist, kommt ja nur aus dem Zölfer Ei, dann, warum das 100er Ninja Tom kein Schocker der Woche ist, der, Jidlitznit, Dissnifnit, hat's nämlich auch bekommen, der hat auch 100% Ninja Tom, sind schon drei, fehlt mir natürlich, aber wenigstens hab ich einen Shiny bekommen, ja, einen Shiny, hab ich sogar als Short Video hochgeladen, 100er auf jeden Fall, trotzdem mega genial, Lidl's Dissnift Diction Hift, hat ja auch einen 100%, echt na toll, Dandro sieht nett aus, Shiny FM, Eier brünen lohnt sich, 100er FM, drei Perfekte aus Eiern, hatte ich schon lange nicht mehr, und dazu das FM, so darf es gerne weitergehen, denn das Pi ist auch aus dem Ei, mit 100, und das Paragoni ist auch aus dem Ei, mit 100, sehr cool also, heiter weiter geht's mit den Eiern, hier, aus, was ist das denn, Kikuyo, Kikuchi, Gankamamoto, Japan, auf jeden Fall Makabaya 100, auch weiter gebrütet, cool, gerade geschlüpft, NetGhost, 100, Tiso, mein erstes Krypto 100er, Glumanda, Glückwunsch, Alexander Ahringer, gleich mit der neuen Attacke, als Scheide bekommen, endlich, endlich, immer so fünf Minuten nach Release, bekommen, endlich, ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet, ich habe auch beim, die letzten zwei täglichen Raid Pässe, auch zwei Shinies direkt wieder bekommen, ich bin mal gespannt, ob es heute Abend in der Raid Mania auch ein Shiny gibt, live im Stream, Margo FedEx, hier auch 100% gesehen, er ist auch gemaxed auf Level 50, Anna Rotten Roxy auch hier, 12 Uhr 9, das 100er gefangen, und 12 Uhr 15 direkt ein Shiny hinterher, natürlich der kleine Account, schreibt sie, Elke hier mit dem Shiny, Walmer, Shiny Slimer, die CD-Sachen habe ich rausgelassen, Benjamin, das war so kompliziert, das immer abzuscreenen, ich habe es jetzt einfach so gemacht, Giratina im Duo ohne Wetterboost, 14 Sekunden Zeit, der hatte Schattenstoß, also Giratina Duo Schattenstoß, 14 Sekunden Zeit, hier wieder Duo ohne Wetterboost, diesmal mit Antikkraft, 21 Sekunden Zeit, und dann, erstmal ein Shiny Barnett, und dann, nun auch Drachenklaue, als Attacke im Duo ohne Wetterboost geschafft, 26 Sekunden Zeit, na Lennart, alle Attacken, alles ohne Wetterboost, ohne hin und her, Lennart immer gerade so, zack, fertig, ich finde es immer noch genial, dass die zwei sich so Wettkämpfe leisten, immer hast du Benjamin seine Duos, du hast Lennart seine Duos, Slendert seine, sehen wir dann auch noch, was sie da haben, Benjamin hier auch noch mit dem 100% Tromborg, 14,99, plus ein Alkit, Alglatt, 100% Thomas Speck, 100er Giratina, Shiny Phineon, 100% Glücksmagnetilo, Traumfugil, 100%, Barnett, 100%, Thomas Speck, 100%, Makabaya, Zubat, 100%, Goldwild, 100%, Shiny, Schundus Gelabra, also Shiny, 100%, aus Freiburg und Breisgau, das ist auch sehr schön, hat er hier gleich vier, drei Stück, ne, aber zwei nur gemäx, da geht noch was, Timo, hey Ramon, vielleicht etwas für den nächsten Raid am Mittwoch, kam bei mir direkt aus dem ersten Ei, Grüße, Timur, aka Bidur, abidur, genial, Shiny FM, habt ihr Shiny FM bekommen, Cumulus aus der Forschung bei einem kleinen Snubbull, aus einem Zweier Raid, kleiner Account, ich wusste gar nicht, dass es Zweier Raids gibt, ich kenne nur Dreier, hat aber kein Kostüm, braucht kein Mensch, ich mache am Donnerstag, Dreier Raids mit Gengar, mit Kostüm, und lade mich selber immer ein, während ich euch einlade, damit ich dann Shiny bekomme, aber wahrscheinlich auf dem Samyang Nudel Account, der hat nämlich noch eine Aufgabe, dass er 30 Raids machen muss, mit verschiedenen Teams für sein Level ab, was da gut machbar ist dann, so, Cumulus, 100% Finion, auch der kleine Account, 100% Finion, aus dem 7er Ei bekommen, Shiny Makabaya, Lennart, Xerneas Duo mit Tick Kekslord, 52 Sekunden, Giratina Duo mit Genaya, 19 Sekunden, Lennart 100er Makabaya, Lennart, Duo, Trio, Quattro, ich hab 50 Sekunden circa Restzeit zu viert, danke an Genaya, Tick Kekslord und Tobi, so, und wenn du das so hast, dann musst du dir nicht das Video dazu angucken, wenn, er macht ja keine Videos, er postet die Bilder hier rein, also guckst du dir die Bilder an und fertig, was willst du da jetzt hier auf Genaya erwarten, dass sie drei Jahre später das Video dazu hochkriegt, aus ihrer Sicht, Lennart, lass bei dir, mach deins, und dann zack, und dann geht das richtig fresh, oder gebe mir die Bilder, ich zeig das so, guck mal bei Lennart auf dem Kanal, da könnt ihr Videos sehen, vielleicht davon, irgendwann, du mann, du mann, an der mann, Finion, shiny, gut, dann haben wir hier, die Feuerwehrfra 507, mit 200ern auch, ist über Instagram, aber der Name steht da, deswegen kann man das mitnehmen, und gleichzeitig hat sie noch ein Absol, shiny, hinterher bekommen, und jetzt haben wir hier noch einen, und zwar den, Yushikiru, und das wollte ich erst als Schocker der Woche machen, weil, das Makabaya, konntet ihr ja zwar raten, und aus Feldforschungen bekommen, oder aus Eiern brüten, aber es ist halt alles immer random, du kannst das nicht gezielt snipen, oder irgendwas, sodass du sagst, 100er springe ich hin, und ich springe so lang, von 100er zu 100er, bis es shiny ist, kannst du nicht machen, ist also Zufall, Zufall, dass es erstmal ein shiny ist, Zufall, dass es ein 100er ist, und extrem krass, mega Zufall, was ich auch nur einmal gesehen habe, dass jemand durch Zufall, ein 100er shiny bekommen hat, wohl aus der Forschung, also aus einer Feldforschung, oder sonst was, aber selbst wenn es aus dem Raid wäre, wäre es natürlich auch richtig genial, und eigentlich ein Schocker der Woche, wenn ich nicht noch was ganz anderes für euch hätte, das war die ganze Zeit Schocker der Woche, bis mir was anderes aufgefallen ist, und das heißt, jetzt kommt der Schocker der Woche, und der Schocker der Woche kommt diesmal, von Haltet euch fest, vom Fanrate Go AMK, vom Heiko, ich zeige euch nochmal kurz dieses Bild, 4 Sterne und Alter 0, das heißt, wir haben 6 100%ige, 10%ige Pokémon, an einem einzigen Tag, jetzt sagt ihr, hm, ihr Hund, ist doch jetzt nichts Besonderes, äh, kann man doch bestimmt snipen, und kann dann 50 Hunderter an einem Tag finden, aber, die Erklärung dazu, du wolltest was Heftiges, oder? der Reihe nach, zweimal, 7 Kilometer Ei, hat gebrütet, und das Galamakabaya, das gab es nicht wild, also, nix mit snipen, sonst was, das ist gebrütet, und selbst wenn es nicht gebrütet wäre, sondern aus einer Feldforschung, wäre es ja random gewesen, und er konnte das nicht beeinflussen, er hat zweimal gebrütet, 7 Kilometer Ei, Galamakabaya, und FM, an einem Tag, als 100er weiterbekommen, wäre an sich eigentlich schon, richtig genial, richtig brutal, dann, täglicher Rauch, ein Slimer, er hatte noch ein Bild angehangen, dass man die Übersicht gesehen hat, vom täglichen Rauch, und unten war ein Slimer, als letztes Pokémon, das hat er mir markiert, und hat es mir dann gezeigt, 6, 6, 7, war ein 100% Slimer, aus dem täglichen Rauch, was auch, also völlig random war, dann war es das immer noch nicht, 5 Kilometer Ei, Somniam, da könnte man sagen, ja, wer weiß, ob das aus dem Ei kam, oder so, oder was weiß ich, nehmen wir es an, 5 Kilometer Ei, Somniam, hinterher, befristete Forschung, gab es ja links im Tab, wo ihr dann Encounter hattet, mit Magabaya, und Galamakabaya, aus der befristeten Forschung, noch ein 100% Magabaya, was man so echt noch toll entwickelt hat, auch noch am selben Tag, aus der Forschung, also auch random, Somniam Ei random, Rauch random, und 7 Kilometer Eier random, und dann noch ein Linfu, 100% hinterher, wir haben einzelne Bilder von Linfu immer mal gehabt, wo ich gesagt habe, das ist stark, denn das kriegt ihr nur aus der GBL, als Belohnung, und das als 100er, ist auf jeden Fall mega wertvoll, und das ist auch aus der GBL, aus der GO, Kampflieger, alles nur heute, das kannst du auch nicht snipen, oder beeinflussen, oder sonst was, also das heißt, das mit dem Slimer, das mit den 7 Kilometer Eiern, das mit GBL, und der Rest wird auch so passen, das finde ich so brutal, wir haben schon so viele Sachen gehabt, dass wir mal 100er hatten, und Shinies hatten, und Shundos hatten, und Schlundos hatten, wie das letzte, war ja auch ein Shundo, aber sowas habe ich noch nie gesehen, eigentlich müsste das das Schocker des Jahres sein, sogar, weil das ist wirklich mega krass, wie findet ihr das? Machen wir nochmal das Bild drauf, zum Abschluss, vom Schilling, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, und wenn ihr Bilder schicken wollt, für Raider Mittwoch, macht das bei Telegram, oder bei Facebook, Links stehen ja auch in der Beschreibung, bis zum nächsten Mal, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, wir sehen uns in der Raidmania, Euer Ramses,